So, Hallihallöchen Leute und willkommen wieder bei Tomb Raider. Und ich hab wieder keine Ahnung wo wir sind, was wir machen müssen und so weiter und so fort. Ich hab jetzt einfach gerade auf Continue gedrückt gehabt. Das heißt wir, ja, wir werden jetzt gerade vom Spiel einfach in die richtige Situation scheinbar geschmissen. Ich hab jetzt auch einfach gerade nur angefangen und weiß nicht weiter. Aber wir sind hier scheinbar richtig. Ich glaub, da hätt ich auch lange suchen können, weil ich das nicht so richtig erkannt hätte. Achso, ah, okay, nein! Lara! Warum machst du denn sowas? So, ach ja, da ist auch noch irgendwas. Hossa! Ole! Ähm, das hätte besser klappen können. Also jetzt nochmal von vorne und in gut. Jetzt nochmal so, wie es gemacht werden sollte. Man kann ja auch nicht alles wissen, ne? So, hier wieder ein Stück runter, dann wieder nach links. Dann wieder runter, noch ein Stück nach links. Und dann runter und dann nach oben. Dann festhalten. Dann festhalten. Ja. Gut, ähm. Ja, also, ja, ähm. Bitte verbrück mich nicht. Ich, äh, kann da auch nichts für. Bei SSS und Street gibt es wenigstens immer so eine direkte Vorlage, wo man her muss. Hier ist halt schon mal ein bisschen mehr Rätsel angesagt, ne? Wie wäre es, wenn wir einfach noch ein bisschen runterlassen? Was gibt's hier Schönes? Ah. Ich schau mal an den Ender, guck. Kann man gleich hier zwischen hoch? Kann man das auch nehmen? Muss man scheinbar nehmen. So. Ich habe doch irgendwo gerade ein böses Viech, oder? Oder? ein Panther, ein schwarzer Panther. Die sind versammelt groß. Ja. Oh, das wollte ich eigentlich gar nicht, aber okay. Dann fahren wir doch einfach mal so weiter. Okay. Okay. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir irgendwann am Ende alles brauchen, was wir jetzt hier so aufsammeln. Dann versuche ich auch mal alles mitzunehmen. Nehmen. Wo sind die Bösen-Tiere denn eigentlich? Ha! Dafür haben wir schon das richtige Teil. Das heißt, dann muss es da irgendwie irgendwas öffnen. Zip-Alba. Wir sind hier scheinbar richtig. Zip-Alba. Wir sind hier scheinbar richtig. Ach, was ist da. Vielleicht von der her ist es besser. Irgendwie kann man sie da nicht so richtig bewegen. Ist das doch nicht normal, oder? Ich meine, wir haben diesen einen Kopf. Doch. Wir haben ihn doch eben gerade eingesammelt. Setzen doch drauf. Na geil, so geht doch. So. So. Ich bin mal gespannt. Nein, halt dich doch... Fest. Lara. Dann eben nicht. Das ist dann was anderes, wenn man von hier aus dreht. So, von der anderen Seite. Aber kriegst du... Das muss man ja irgendwie hinkriegen, eigentlich. Ich meine, es sind ja andere Umdrehungen. Also irgendwie muss man das ja hinbekommen. Einfach so lange in die Richtung drehen, bis es passt, oder nicht? Also ich gehe mal davon aus, dass ich genau das machen muss. Schauen wir jetzt gerade mal hier rein. Okay, mehr gibt es hier nicht. Okay. Äh, Area Info... 50 Treasures. Dann drehen wir mal ein bisschen. Das könnte jetzt eigentlich passen. Oder? Nee, es passt eben nicht ganz. Erstmal auf die andere Seite. Kommt sogar nicht auf die andere Seite, ne? Okay. Auf die Gefahr hin, dass das hier irgendwie jetzt nicht so richtig ist. Was ja wahrscheinlich so ist. Aber ich meine, man... Hä? Ach so! Ist das ein schlechter Witz, oder? Echt jetzt? So einfach ist das? Gott! Ah! Okay. Wow! Alter, wie geil ist das denn? Okay, und auf auf die andere Seite, würde ich mal sagen, ne? Jetzt kommen die Viecher hier raus, wetten? Der Kampf war doch schon einigermaßen besser. Nehmen wir uns jetzt noch vielleicht wieder mit. Heilen wir uns einmal kurz. Und begeben wir uns in zur nächsten Ecke direkt. Okay, dann haben wir das andere jetzt schon mal gelöst. Kommen wir zum nächsten. Zurück. Und weiter. Huch. Okay. Okay. Schlippt ja sogar einigermaßen, also... Nicht wirklich. Dann können wir jetzt reingehen. Das machen wir aber nicht. Wir wollen erst mit der anderen Ecke hin. Oder? Das machen wir uns jetzt nicht. Wow! Das war's für heute. wir haben so eben ein anderes probleme kommen nicht das haben wir noch ein problem jetzt haben wir jetzt auch gleich hier wetten ja das klappt mir noch nicht alles so du bist weg die doofen typen was wollen ja ich von mir okay jetzt können wir uns auch wieder darauf konzentrieren was hier sache ist okay wir haben das hier das muss da oben dran sie müssen das wahrscheinlich da hinziehen es kommt schon los mit der kamera meine güte warum nicht gleich so und rein damit so okay das war doch schon mal schön jetzt ich wollte gerade sagen da fehlt da was nein nein nein